Hi, Willkommen zurück bei Tormented Souls, hier bei Radioaktiv Gaming, mit Orga Mamuschka. Ja, und ihr war der Schnucklige. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ach, ist so schnucklig. So, einiges erledigt. Ja. In der letzten Folge, wir haben aber noch immer einiges vor, vor uns. So, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mit der... Hier holen wir uns erstmal das Zeug. Genau, das Zeug alles abholen. Ja, wir haben ja auch noch die Diskette, habe ich vorhin festgestellt. Ich meine, das ist auch hier. Ja, genau. Jetzt holen wir uns erstmal die Form. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich zu diesem PC. Ja, genau. Das ist dieser Lagerbereich da. Richtig. Aber wir sind hier keine neuen Gegner. Mhm. PC, 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 PC. So, muss ich jetzt irgendwas an der Diskette verändern? Okay, Moment. Ja. Genau. Ist dieser Schreibschutz? Moment, wo war der? Ich glaube, unten da... Unten kann ich nichts machen. Unten rechts an der Ecke, glaube ich. Vorder- oder Rückseite? Ja, ich... Also, ich auf der Rückseite. Nee, hier. Oder? Nein. Dann ist es auf der anderen Seite. Hier. Genau. Ich schreibe... Und jetzt die Diskette... Reinschieben. Reinschieben, ne? Mhm. Ups. Nee, kombinieren. Jetzt. Ich muss ein Kennwort eintippen. Genau, Marta. Marta. Genau. M-A-R. Genau. T-H. A. T-H. Aha. Und A. Und Enter. Genau. Ich glaube, wir müssen noch die Diskette ausspucken. Ach, die habe ich jetzt auch gar nicht eingesammelt. Nein. Ups. Ähm, warte. Genau, wir müssen an den PC, glaube ich, draufdrücken, oder? Ah, da an der Knöpfe. Uah. Uah. Blöd. Ja. So, und jetzt gehe ich zu dem Schrank. Ja. Und hol die Batterie. Batterie, genau. Wo war die Treppe? Hm, da. 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 Und? Ja, im Schrank ist, glaube ich, noch gleich noch was. Oder hast du es schon? Das habe ich doch schon längst eingesammelt. Alles klar. Schon längst. Gut. Okay. So, ich habe das. Ich habe die Diskette. Ich habe die Batterie. Hm, das kann ich jetzt eigentlich direkt machen, oder nicht? Mit der Form. Die Tür war doch hier. Ja. Oder in der Haupthalle. Hier oder in der Haupthalle? Ja, in der Haupthalle. Genau. Oh, man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ist leider so. Hör auf. Das passt nicht. Ach nee, ach nee, hier, äh, Moment. Ja, du musst die Treppe runter. Ah, und... Okay, aber ist ja... Auch hier. Hör da tusten auf. Scheiß Brot vom Hals. Hör da tusten auf. Hm. Ich sag nicht, hier ist ein Vieh. Ich sag nicht, hier ist ein Vieh. Ja. Oh, 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 oh. Ja. Hier, ne? Ja, genau. Im Moment, da ist diese eine. Das geht, und das muss in die Mitte. Ganz normale. Jetzt fehlt mir aber noch Zeug, ne? Ja, genau. Da ist eine... Ich kann jetzt hier nichts zu machen, ne? Nein, nein. Wir brauchen noch das eine und das andere noch davon. Okay, alles klar. Okay, da machen wir das jetzt Erstmal mit der Batterie Ja Ist ja eh alles hier oben auf einem Weg Mit der Diskette und mit der Batterie Ja, das versprechen wir schon, genau Okay Wo war die Bücherei? Hier oben, ne? Ähm, Moment Genau, genau, das, genau Ich höre was Ich höre was Ja, die befinden sich ja wahrscheinlich oben Ja, ja, oben sind die Richtig Ah Na Das war knapp. Ja. Ey. Mann. Stirb. Noch einer. Ja, leider. Warum erwischt der mich noch? Oh, ich bin so blöd. Du sagst aber auch nicht mal was, ne? Was denn? Was war ich denn da? Kann das sein, dass die stärker geworden sind? Hm, möglich. Aber zumindest die zwei auf jeden Fall. Weil irgendwie... ...halten die mehr aus. Guck, wir lassen hier jetzt wenigstens ein Morphium rumliegen. Ah, das brauche ich unten, ne? Ja. Sonst ist hier aber nichts mehr. Nein. Das brauche ich da unten in der Haupthalle, ne? Ja. Richtig? Genau. Gut, mehr war ja auch nicht. Du darfst auch reden, ne? Ja, ich weiß. In den letzten Folgen warst du gesprächiger. Vor ein paar Tagen. Hm. Oh, das war's. Oh, der zuckt noch. Die zucken die ganze Zeit schon. Schön, dass der dann auch mal auffällt. Furchtbar, die Frau. Ich muss wieder zurück. Ich will zur Haupthalle, du Depp. Ja, ja, ist ja gut. Ich will das hier machen. Ja, ist ja gut, Mann. Ja, hab ich vor einer Minute gesagt. Nee, du musst zurück. Nee, nee. Ja. Kommt davon, wenn man nicht zuhört. Ach, halt den Maul. Nö. Juuu. 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 So. Ja. Aber ich muss das Ding, ich weiß, ich muss das Ding drehen. Ja, super. Boah. So. Bitte schön. Okay, wollen wir mal gucken? Mal gucken. Okay. Kann man den noch irgendwie ein bisschen drehen? Geht da ein bisschen drüber aus. Kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen drehen? Wie drehen? Also ich glaube, so muss es da reichen. Ich kann es nur so drehen. Okay. Ich muss mir das ein bisschen anders mir erbindlich vorstellen. Lass es doch mit dem Dreier- oder Vierer anfangen. No. Okay. Hast du es bald? Ja, das ist halt etwas anders, sondern halt auch ein bisschen auf dem Bild. Oh, scheiße. Deswegen muss ich da vom Blickwinkel etwas... Ja, ich kann es aber, wie gesagt, oder? Doch, ich kann es drehen. Du musst mir auch mal sagen, wie ich es drehen soll. Ja, genau. Moment. Ah, jetzt... Ja. Jetzt sieht das, glaube ich, schon etwas besser. Ja, dann liegt los. Okay. Ja, den oberen drehen. Genau, das passt perfekt. Okay. Da, da. Ich glaube, ich muss mal meine... Ah, ich muss mir ein bisschen gleich etwas anders vorstellen. Okay. Ja? Ja. Ah, ich kann sie vielleicht auch den ganzen Ende noch so nochmal richtig umdrehen. Dass das die Spitze nach unten zeigt. Genau. Ah, ich höre wieder. Ah, schon viel besser. Ja. So. Okay, genau. Genau, jetzt sieht das viel besser aus. Okay. Okay, der... Ah, genau, der... Der linke ist genau richtig. Genau. Okay. Genau, wir nehmen den oben, drehen mal. Genau, der ist jetzt richtig. Ah, der... Genau, der rechts von dir. Muss gedreht werden. Ja. Ja. Nochmal. Ja. Ja. Dann... Den nochmal ein bisschen noch weiter. Noch weiter. Nochmal. Du war ja gerade schon. Okay, okay. Dann ist es so. Okay, dann ist es so, so. Und dann der untere muss... Nochmal. Ja, genau. Ja, so, so. Ja. Das war's? Ja. So, mir fehlt aber noch was, ne? Genau. Okay, mehr kann ich jetzt noch nicht machen, ne? Nein, mehr. Okay, dann machen wir das jetzt mit der... Diskette. Was wir haben haben, war? Genau. Ja. Hör auf. Nein. Warum denn? Nein. 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 Wo war das? Äh, ich glaube... Hier, ne? Nee, hier nicht. Hier ist nur das eine, der andere Raum. Aber das war doch auch hier oben. Ja, ja, genau. Ich gehe jetzt mal wieder durch die Ritter. Äh, direkt hier links. Hier müsste es sein. Genau. Muss ich jetzt aber was an der Diskette machen? Ähm, Moment. Ja. Genau, das oben mal ganz schnell reinschieben. Was? Einmal hier drehen, ne? Genau, mal hier kurz genau draufdrücken und dann schnell reinschieben. Ah, scheiße, zu spät. Nicht drehen, ne? Ne, ne. Drehen muss ich auch nicht unbedingt. Also ich muss das nur hier vorne machen. Ja, genau. Hier vorne und ganz schnell in den Schlitz rein. Hä? 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 Äh? Ah, war richtig. Ja. So, jetzt kann ich hier rein, ne? Genau, jetzt kannst du da rein. Schlupfzimmer. Muss das sein? Scheiße, ich habe keine, kein Strom, äh, also Stromdinger mehr. Ich habe nur Schrot. Hm, nur Schrot sehe ich. Ja, und die Stange. Hm. Ah, der ist tot. Tot? Ja. Ja. Das sind ja die schwächsten Gegner. Ja, ja, klar. Ah, ich wollte aber nicht unbedingt meine gute Schrot-Munition für die vergeuden. Mhm. Dann wollen wir zum Lesen. Ah, ja. Die Schallplatte habe ich eingesammelt. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt hier. Penthouse. Ah, er. Mhm. Okay, das war jetzt schnell raus wieder, ne? Ja. Ah! Geh raus! Das freut dich, ne? Nein. Okay, und jetzt wieder rein. Ja. Muss man ja mal gucken. Der ist dann immer per Zufall da oder nicht da. Genau. Na, er kennt man an der Melodie. Genau. So, hier passiert jetzt nichts. Da kann ich mich erst mal in Ruhe hier umschauen. Okay, hier ist aber nichts. Das Spiel könnte mal wieder ein paar Heilungen springen lassen. Ja. So, ich weiß, hier waren zwei Türen. Hier waren zwei Türen. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier und einmal hier. Gucken wir erst mal hier. Das Kinderzimmer. Ja. Aber hier kann ich noch nichts machen. Hm, noch nicht. Außer was zum Lesen. Genau, ist es später hier hier drin. Hier kann ich noch nichts machen, ne? Nein, noch nicht. Okay, also erst mal wieder raus, ja? Ja, genau. Ja. Ja. Raus und rein. Ja. Ah, wieder Ruhe. Ja. Okay, hier war die andere Tür. Was sagt die Zeit? Das Büro. Ah! Oh. Schon wieder Zeit, die Folge zu beenden, liebe Leute. Ja, dann auch gut. Alles klar. Es geht auf jeden Fall spannend weiter. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr weiter einschaltet. Ja. Und wir sehen uns bei der nächste Folge wieder von Tormented Souls. Hier bei Radioaktiv Gaming. Tschö. Tschaui. Tschö. Tschö.